In den Startlöchern steht Geschäftsführer Franz Guszig. Ich habe nochmal nachgeguckt, Herr Guszig. Sie sind seit 1992, wenn ich rechnen kann, seit 26 Jahren bei Invaris. Beim letzten Forum haben wir 30 Jahre gefeiert, sprich Invaris gibt es jetzt seit 32 Jahren. Sie sind da ganz schön lange dabei, kennen das Unternehmen offenbar sehr, sehr gut. Wir schauen jetzt aber nicht zurück. Sie kennen das Unternehmen so gut. Sie wissen natürlich auch, was haben Sie vor. Sie geben uns einen Ausblick, den Fahrplan für die nächste Zeit. Genau. Wir haben heute ein bisschen was gesehen. Herr Dietmann hat es Leistungsschau genannt, was die Systeme so können von den Funktionalitäten her, was Neues kommt, was an Funktionalitäten dazugekommen ist. Und ja, ich wurde schon in der Pause mit der Frage konfrontiert, wann gibt es das jetzt alles oder gibt es das schon? Und ja, diese Antwort möchte ich Ihnen nicht schuldig bleiben. Ich möchte Ihnen ein bisschen wie immer am Abschluss unseres Invaris Forums einen Einblick geben, wie die Ressourcenplanung ist und was wir auch in Zukunft so planen und wo die Reise zukünftig auch hingehen soll. Wir sind aktuell ja in der Version 11.3, die jetzt mit dem Sommer freigegeben wurde. Und die nächste Version, die für heuer noch geplant ist, die mit Ende des Jahres zur Verfügung stehen wird, ist dann die Version 11.4. Und wenn man dann ins nächste Jahr weiterschaut, sind wieder zwei Versionen geplant. Da hat man Herrn Kern Rücksprache gehalten, ist das jetzt schon 12, wird das 11 sein? Wir haben beschlossen, dass das 11.5 und 11.6 sein wird. Und die dann, wie man es gewöhnt ist, zum Sommer und zum Jahresende von Invaris zur Verfügung gestellt werden. Ja, und last but not least, irgendwann kommt dann die Version 12, klar. Und hier wollen wir uns dann anschauen, was sind so die Themen, die uns generell beschäftigen. Also wo könnte die Reise hingehen? Wir haben gestern schon zur Einleitung ja sehr innovative Ansätze gehört. Wo geht es generell hin in unserem Bereich? Wir können uns da auch nicht ganz verschließen und da werden wir dann ein bisschen darauf eingehen. Beginnen wir mit der Version 11.3. Also was gibt es schon? Sie haben es heute Vormittag schon ja alles gesehen oder auch nicht, wenn ich jetzt den ersten Punkt hernehme. Das Anforderungsmanagement ist jetzt einmal im ersten Schritt so umgesetzt, dass ein reger Austausch zwischen dem Ticket-System und dem Invaris-Design-System und auch dem Ressource-Manager stattfindet, wo man den ganzen Anwendungsentwicklungsprozess dokumentieren kann, die Tickets auch weiterschieben kann und dementsprechend einmal diese Integration hier geschaffen hat. Das liefern wir noch nach. Wir haben beschlossen, einen Film zu drehen über das ganze Thema. Uns hat hier leider die Cloud dazwischen gefunkt und wir werden Ihnen das als Video zur Verfügung stellen, dann die Thema im Nachgang. Was es auch gibt, und das war auch eine so eine Frage, Word-Import, Excel-Import, also auch das ist schon in der Version 11.3 jetzt umgesetzt worden und wo auch diese Feldinformationen alle übernommen worden sind. Das ist wesentlich, wie wir jetzt gesehen haben, in diversen Migrationsszenarien. Wir haben aktuell sehr viele Anfragen, die aufgrund von Einstellung des Supports auf Microsoft-Seite die Not haben, bis dato im Word entwickelte Dokumente ganz einfach auf andere Systeme migrieren zu müssen. Und von daher, Sie wissen, wir haben uns in der Vergangenheit immer gewehrt, Microsoft-Formate zu übernehmen, haben wir uns auch weich klopfen lassen von unseren Kunden und haben gesagt, ja, irgendwann müssen wir auch über unseren Schatten springen. Und das ist jetzt mit der Version 11.3 quasi passiert. Also das wird zur Verfügung gestellt oder ist schon bereits verfügbar. Dann, Sie haben es auch gesehen, Textreferenzen im Designer anlegen. Bis dato wurde es ja streng getrennt. Designer, Textreferenzverwaltung in der Web-Oberfläche, Anwendung im Design. Jetzt komme ich mittendrin natürlich darauf, mir fehlt jetzt genau eine Textreferenz. Dann musste ich wieder quasi die Oberfläche wechseln. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Also das kann man jetzt sehr elegant auch vom Designer aus machen. Der Herr Scheitel hat Ihnen vorher gezeigt, wie das mit den Textreferenz-Snapshots dann funktioniert. Auf der einen Seite quasi zum Dokumenttyp den Container dazu. Oder, wenn es eben dynamisch aus den Daten angeliefert wird, das ist die Möglichkeit des globalen Textreferenz-Snapshots, wo man alle Textreferenzen gemeinsam dann zur Verfügung stellen kann. Sie waren begleitet gestern sehr stark von Prozessen und Formstation Next Anwendungen. Sie haben gesehen, wo der Stand der Entwicklung ist. Wir haben noch nicht ganz die Funktionalität der normalen Formstation, der Windows-Applikation erreicht. Aber wir sind dabei, das immer näher an die Funktionen heranzuführen. Und auch hier ist wieder ein wesentlicher Meilenstein mit der Version geschaffen worden, dass man die Formstation Next an diese Funktionalität heranführt. Ja, gerade vorhin haben wir gesehen, die Suche im Jobmanager. Jobmanager ist ja bis dato ein Produkt, das eher im Hintergrund gelaufen ist und für den administrativen Bereich für Massendokumentproduktion gedacht war. Aber wir haben halt gemerkt, durch das, dass man diesen Individualkorrespondenz und diese Massenkorrespondenz zusammenführt, wollen die Anwender natürlich auch wissen, wie ist jetzt der Status meiner versendeten Dokumente? Liegen die jetzt noch irgendwo am Speicher ab? Oder sind die schon produziert worden und zum Kunden unterwegs? Callcenter möchte natürlich auch Bescheid wissen, wenn der Kunde anruft, wo steht der Status der Informationen? Und wir haben uns auch hier jetzt mit dieser Web-Oberfläche quasi eine Möglichkeit für den Endanwender geschaffen, seine Dokumente zu finden und nachvollziehbar auch den Status dieser Dokumente zu erhalten. Was wir heute noch nicht gehört haben und auch vorher noch nicht so in den Gesprächen gehört haben, in den Vorträgen, wir haben auch, wie einige von Ihnen gerade im Industriebereich wissen, natürlich Thermodrucker und Labeldrucker immer schon im Programm gehabt und auch unterstützt. Und wir haben jetzt ein neues Ausgabemodul für Thermodrucker-Unterstützung auch dazugefügt, also wäre es kein POS-Drucker vielleicht am Point-of-Sale oder wo auch immer im Einsatz hat. Also auch diese Drucker können wir jetzt aus unseren Systemen heraus unterstützen und dieses Ausgabemodul steht auch mit Version 11.3 zur Verfügung. Von den Betriebsarten her haben Sie heute schon ein bisschen was über Microservice, Docker-Container und so weiter gehört. Also auch diese Unterstützung, also der REST-Schnittstelle, REST-Microservice-Schnittstelle, das steht auch mit der Version 11.3 zur Verfügung und auch der parallele Betrieb von mehreren CCM-Instanzen wird mit der 11.3er-Version unterstützt. Das ist so der Status, wo wir gerade stehen. Und jetzt wollen wir uns dem nächsten Schritt zuwenden. Also was kommt jetzt im Dezember auf Sie zu? Und da geht es weiter mit der Integration von Jira. Und zwar in der Art und Weise, dass man dann auch Tasks im Jira anstoßen kann. Also bis dato haben wir nur Informationen zwischen den Systemen ausgetauscht, aber wir konnten keine weiteren Workflow-Schritte, Status-Updates und so weiter im Jira initiieren. Und mit der neuen, mit der 11.4er-Version wird es dann auch möglich sein, dort Statusänderungen vom Invaris-System aus auf den bereits definierten, im Jira definierten Workflows dann auch durchführen zu können. Sie haben einen Ausblick gesehen über Responsive Design. Responsive Design für das Portal und für die Mail-Darstellung. Das wird mit der Version im Herbst dann, im Dezember dann zur Verfügung gestellt werden. Also das ist in diesen Versionen dann drinnen. Und ein wesentlicher Punkt wird oder ist geplant von der Tabellenverwaltung. Sie kennen unsere Tabellen, die sich ja als Kopfen und Füßen und sehr vielen Komponenten zusammensetzen können und man hat halt, dort war man relativ eingeschränkt, wenn es um Tabelle in Tabelle gegangen ist, wenn es darum gegangen ist, Gruppierungen in der Tabelle zu machen und man dann so Gruppensummen zum Beispiel einführen wollte. Und diese Eröffnung passiert jetzt auch in der Version, dass man sagt, okay, man kann jetzt mehrere Gruppen Köpfe und Füße in den Tabellen definieren. Man kann das auch dann mittels Bedingungen steuern, wann welche Köpfe und Füße zum Tragen kommen, klarerweise. Und ja, wesentlicher Punkt wird dann der sein, dass man Tabelle in Tabelle auch machen kann. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich schon in F4 verfügbar sein wird. Wenn nicht, wird es halt in F5 nachgeliefert, aber wir haben es zur Zeit auf der Roadmap noch drauf und hoffen doch, dass wir das auch dementsprechend umsetzen können. Ja, und Berechnungsfelder, die man dann auch in der Tabelle bestücken kann. Bis dato konnten Sie das immer nur extern im Vorfeld machen. Jetzt kann man auch Berechnungsfelder in den Tabellen dann machen. Das ist Teil 1. Da kommt dann noch mehr. Wir haben da diverse Anfragen vom Markt auch noch im Backlog für unsere weitere Entwicklung. Aber wir sind hier quasi auf einem guten Weg, unsere Tabellenfunktionalität jetzt flexibler und offener zu gestalten, auch um hier diese Anforderungen, die immer wieder vom Markt auf uns zugekommen sind, dann umsetzen zu können. Damit geht Hand in Hand auch eine Anforderung, die viele Kunden schon immer wieder an uns gestellt haben. Unsere Bestückung besteht ja heute aus einer eigenen Logik und auch einen eigenen Formelkonzept dahinter, wenn man es so bezeichnen möchte, ein eigener Baser. Und für diese Tabellenfunktionalitäten und Gruppierungen und Sortierungen und so weiter haben wir natürlich festgestellt, dass wir da mit unseren doch in die Jahre gekommenen Methoden nicht so wirklich weiterkommen. Und wir haben jetzt hier in der L4er-Version dann eine X-Bars-Unterstützung integriert. Wie wir das konzipiert haben, sind wir davon ausgegangen, dass entweder X-Bars oder die heutige Bestückungsvariante eingesetzt werden muss. Einige Kunden haben gesagt, es ist egal, wir setzen das dann neu um und bauen auch die Strukturbäume dementsprechend neu auf. Aber es ist uns gelungen, dass man diese beiden Varianten mischen kann. und dass man jetzt quasi in einem Mixed-Modus bestehende Bestückungslisten mit X-Bars-Funktionalität erweitern kann und damit natürlich sehr schön diese ganzen Gruppierungen, Summierungen und so weiter für Zwischensummen und so was dann auch effizient abbilden kann. Ja, eine Seite habe ich noch für L4. Sie haben gestern gesehen, es gibt so die Möglichkeit, bedingte Ressourcen schon vorzudefinieren, die dann das Dokument an sich beeinflussen. Und wer genau aufgepasst hat, hat gesehen, unten gibt es noch eine Liste an Ressourcen, wo ich abweichend von den vordefinierten, wenn ich die Rechte und meine Rolle dazu habe, auch vordefinierte Ressourcen einpflegen kann. Das war bis dato eine flache Liste und die ist dann eher unstrukturiert gewesen. Und das Problem dahinter ist, wenn ich jetzt natürlich hunderte Ressourcen im Hintergrund habe, dann ist da natürlich die Suche und die Strukturierung sehr mühsam gewesen. Und wir haben uns jetzt dazu durchgerungen, einen Strukturbaum auch dort definieren zu können. Das heißt, ich kann meine Ressourcen jetzt nach gewissen fachlichen Kriterien gliedern und kann dann einen Baum aufbauen und kann so das Suchen und auch das Einblenden von benötigten Ressourcen, vom Dokumenttyp, von der Rolle und von anderen Kriterien, also Metadaten gesteuert, abhängig machen. Und damit ist es natürlich der Vorlage dann auch dynamisch klarerweise zuordnenbar, welche Ressourcen sind da eventuell noch zusätzlich relevant dafür. Sie sind ja alles eifrige Besucher und sind wahres Forums. Wer sich erinnert, wir haben irgendwann vorgestellt eine Process Manager App. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, das, was Sie hier im Web gesehen haben mit den Vorgängen, das hat es auch als App gegeben. Also ich konnte mir den Arbeitsvorrat in eine App laden und das dort bearbeiten. Wir haben natürlich festgestellt im Zuge der Webentwicklungen, dass das nicht zielführend ist, weil eine App, die muss man immer parallel entwickeln, das braucht eigene Ressourcen, das bindet, das kostet Zeit. Also es ist sehr aufwendig in der Entwicklung. Und wir haben jetzt einen anderen Weg eingeschlagen und haben jetzt ein mobiles Layout für die ganze CCM-Suite dazugenommen. Das heißt, diese App ist an sich nicht mehr notwendig. Sie können jetzt die CCM-Suite, egal ob das jetzt Administratorensicht, Vorgangsansicht und so weiter ist, quasi auch auf mobilen Devices. Ja, ob es am Smartphone sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt, aber Tablet zumindest als vernünftiges Medium ist da sicher dann als Unterstützung möglich. Sie haben gestern gesehen einen großen Blog, digitale Signatur. Ich habe am Abend auch mitbekommen, es wurde sehr stark darüber diskutiert, wo geht es dann auch zukünftig hin. Also diese Unterstützung der digitalen Signatur jetzt in den Prozessen, so wie Sie es auch gestern gesehen haben, auch das wird in der Version 11.4 dann zur Verfügung gestellt. Ja, und wir haben noch dahinter, das merkt man dann natürlich so nicht, aber sehr viele Performance-Optimierungen gemacht, gerade dann, wenn sehr viele parallele Anwender natürlich auf dem System sind, dass das System auch dementsprechend verkürzte Antwortzeiten hat, dass die Durchsatzraten vom System gesteigert wurden. Wir haben diverses Code-Re-Engineering gemacht, um auch Dokumentaufbereitungen und so weiter zu beschleunigen. Und was wir natürlich auch gemacht haben, ist jetzt diese Workflow-Performance-Optimierung. Also wir haben festgestellt, dass die Workflow-Engine, die wir hier eingesetzt haben, nicht unbedingt die schnellste war, wenn man sie angestattet hat, und haben die jetzt ganz einfach gegen eine neue ausgetauscht und haben hier einen beträchtlichen Performance-Boost auch auf dem Thema Workflow und Prozess herbeiführen können. Ja, und dann haben Sie heute schon gesehen, wie man den Support besser unterstützen kann, indem Sie gleich alle Konfigurationsdateien und Logs am besten zur Verfügung stellen und wie das automatisiert funktioniert. Das ist aber nur die halbe Miete. Wir haben auch dazu im Hintergrund einen neuen Service-Desk aufgebaut und sind jetzt dann mit der Version 11.4, also im Herbst jetzt dabei, auch den unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird auch einen Invaris-Service-Desk geben, wo Sie dann selbst Ihre Tickets erfassen können, wo Sie auch selbst Ihre Tickets monitoren können jederzeit, das dann auch direkt mit unserem Entwicklungsticket-System dahinter gekoppelt ist. Also Sie haben da komplett transparent natürlich Feedback, wo stehen die Tickets, was ist in Bearbeitung, wer ist da gerade dran, wann wird es geliefert, für was ist es geplant etc. Also diese Informationen werden dann auch durchgegeben an Sie als Kunde und das bekommen Sie dann alles über den Service-Test. Das funktioniert vom Zugriff her über das Customer-Portal, wo Sie ja, glaube ich, fast alle, wenn ich jetzt so da in die Runde schaue, Ihre persönlichen Zugänge haben. Falls Sie da noch keinen haben, dann bitte beantragen Sie einen, damit wir den einrichten können. Der Zugang erfolgt personalisiert. Sie können dann aber in einer Gruppe auch nach Unternehmen zusammengefasst werden. Das heißt, alle Mitarbeiter eines Unternehmens sehen dann die ganzen Tickets, die das eigene Unternehmen betreffen. Gut, dann wenden wir uns auf die Zukunft. Also was steht für nächstes Jahr an? Was haben wir hier in der Pipeline? Sie haben heute schon gesehen, was kann der Designer Next, Textbaustein, Editor und so weiter. Wir haben uns überlegt, was könnte ein vernünftiges Anwendungsszenario auch für die Zukunft sein und haben uns hier einmal den Serienbriefmodus für den Designer Next herausgenommen. Das heißt, Sie können dann Daten hochladen, eine Vorlage hochladen und das Dokument zusammenstellen, also den Serienbrief quasi in dem Designer zusammenstellen und von dort dann direkt in die Produktion überführen. Das ist so der nächste Betriebsmodus für den Designer Next, den wir uns hier vorgenommen haben. Von den im Hintergrund laufenden Tätigkeiten haben wir Formatvorlagen und Inhaltsverzeichnisse. Wir sind an einigen größeren Kunden dran, die mandantenfähige Systeme haben und quasi Standarddokumente ausliefern. Das geht um 80 Mandanten in etwa. Und deren Formularbasis explodiert auf 35.000 Vorlagen, weil jeder dann seine Varianten daraus zieht und das dementsprechend adaptiert. Und wir haben festgestellt, dass in so einem Konzept ein Formatvorlagenkonzept fehlt, wo man quasi Vorlagen definiert, die auch vererben kann, die dann relativ schnell an einen Mandanten auch anpassen kann. Und aus dem Grund werden wir jetzt dann auch das Formatvorlagen in die nächsten Versionen aufnehmen und darauf basierend dann auch die automatische Ableitung eines Inhaltsverzeichnisses. Ja, was haben wir noch? Formstation Next, auch dort bleibt die Entwicklung nicht stehen, klar. Da fehlen, habe ich ja vorhin gesagt, noch einige Themen. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten bei der alten Formstation einen Modus, wo ich aus Formularressourcen einen Wizard-Modus automatisch ableiten konnte. Der fehlt jetzt hier noch auf der HTML-Basis und dieser Modus wird dann mit der 11.5er oder 11.6er Version nachgeliefert werden. Also das steht hier auf der Pipeline. Dann haben wir immer wieder das Thema Auswertungen. Sie haben gesehen, Sie haben jetzt schon sehr viel in Closed-Loop Nachvollziehbarkeit etc. Also was Berichtswesen im Produktionsbetrieb geht. Was jetzt immer noch fehlt, ist statistische Auswertung. Wie werden meine Ressourcen verwendet? Werden Briefe überhaupt gedruckt oder Vorlagen verwendet? Es gibt zehn Ausprägungen, welche Varianten davon werden verwendet etc. Also es gibt einen gewissen Handlungsbedarf, weil die Formularbasis in den Unternehmen immer mehr und mehr wächst. Und die Unternehmen natürlich gerne eine Auswertung hätten, pflegen wir das sinnvollerweise oder unnötigerweise. Also kann ich vielleicht irgendwo, die Frau Kirchner hat gestern, glaube ich, 2700 Vorlagen gesagt, nur für den deutschsprachigen Raum. Ich habe mitgenommen, hier ist noch sehr viel Parallel drinnen. Das wird sich noch reduzieren in Zukunft. Und ja, vielleicht kann auch so eine Auswertung dann dabei helfen. Teilweise kann man es ja heute schon machen, indem man die Archivschnittstellen dafür quasi missbraucht. Aber es gibt noch keine Tools von Invaris, wo man das auch vernünftig auswerten kann. Und das soll hier umgesetzt werden. Einerseits, dass der DCS rückmeldet, was ist produziert, in welchen Varianten und so weiter. Und dass ich dann auf der anderen Seite in der Web-Oberfläche hier die Auswertungen auch darüber fahren kann. Migration, neue Version ist immer wieder ein Thema. Wann ist es sinnvoll, Updates zu machen etc. In dem Zuge haben wir festgestellt, dass wir doch noch einige Kunden haben, die Host-Systeme im Hintergrund haben und noch Zeilendaten liefern. Und ja, wir waren natürlich sehr euphorisch. XML, Zeilendaten werden irgendwann sterben. Wir merken, das geht nicht so schnell. Also manche Kunden sind echt Tanker, die sehr stur geradeaus fahren und nicht nach links und nach rechts zu bewegen sind. Und da gibt es heute jetzt diese Zeilendatenverarbeitung noch. Und die Idee ist jetzt hier, einen vernünftigen Modus als Input-Observer in der CCM-Suite zu schaffen, dass man diese Zeilendaten vernünftig in einer XML-Struktur zerlegen kann und dann mit Standardmitteln, so wie man es heute gewöhnt ist, auf der einen Seite verarbeiten kann. Das wäre eine Variante, wie man das dann machen kann und das wird dann als Enrichment-Observer in die CCM-Suite hineinkommen. Observer ist ein gutes Stichwort. Warum? Sie kennen die Definition vielleicht oder einige von Ihnen, die sehr nah am System sind, dass Sie das auch hier auf einer Oberfläche eher in Listen strukturieren müssen und genau den Ablauf definieren, welcher Observer kommt, wann zum Zug und was sind die Bedingungen dahinter. Mir persönlich war das immer schon ein Torn im Auge, weil ich eher ein grafischer Typ bin und wir haben uns hier einmal auf die Fahnen geheftet, dass wir eine grafische Darstellung dieses Ablaufs, welche Observer waren und mit welchen Bedingungen, also wie man es auch aus Prozessdefinitionen kennt, umsetzen kann und das soll in diesen Versionen passieren. Ausgabe-Modul soll es auch etwas Neues geben. Wir stellen fest am Markt, dass eine sehr starke Konsolidierung stattgefunden hat, was Ausgabeformate betrifft. Wir stellen aber auch fest, dass gerade im Produktionsdruck immer mehr auf PDF gesetzt wird. Und nach Rücksprache mit sehr vielen Druckprovidern haben wir gelernt oder feststellen müssen, dass sehr viele auch einen Modus verwenden, wo im AFP Druckdaten Strom-PDFs integriert sein werden. Und das wollen wir jetzt natürlich auch dann out of the box unterstützen, dass man sagt, okay, man kann diese PDF-Dokumente jetzt in einem AFP-Container einbetten, dementsprechend auch indizieren und so einer Weiterverarbeitung dann zuführen. Ich kriege da schon immer die Zeitzeichen dahinter. Schauen wir mal, wie wir das ein bisschen strafen können. Ja, Jobmanager, Produktionsfreigabe nach Stichprobenkontrolle. Sie haben jetzt gesehen, wie die Anwender ihre Tasks finden. Wir haben aus Qualitätsgründen auch immer die Anforderung, dass die Produktion wissen möchte, was steht alles an, passt das, kann ich Stichproben dazu machen, kann ich quasi einen Qualitätscheck, einen Haken darunter machen. Und da ist geplant, dass man so einen Modus auch dann implementiert für den Betrieb, dass vom Prozess her dann erst die Druckdaten, die Daten in die Produktion übergeleitet werden, wenn so eine Qualitätsprüfung erfolgt ist und man so eine Sichtprüfung oder auch automatisierte Prüfung dann hier durchgeführt hat. Ja, Metadatendialoge, auch ein Thema, wo wir uns verbessern wollen. Wir haben bis dato eher eine lineare Anordnung der Eingabefelder. Das soll natürlich grafisch aufgepeppt werden, damit man die Felder auch nebeneinander positionieren kann, dass man diese Dialoge auch besser gestalten kann. Wir haben generell das Thema Versionierung noch auf der Zeitachse stehen. Also heute haben wir ja das sehr gut schon im Griff mit den ganzen Ressourcen und deren Freigabe. Wir merken natürlich, dass in sehr vielen Produktionsumgebungen es natürlich auch gewünscht wäre, wenn man gleich die Konfigurationen versionieren kann, alles was mit Process Manager zu tun hat, die Prozesse dahinter, die Metadatendialoge und so weiter, oder dass man das auch alles versionieren kann. Und ja, für diese Versionen haben wir uns auch diese zwei Punkte natürlich einmal ins Buch geschrieben, dass wir das umsetzen können. Ja, und dann noch zwei Punkte, die den Betrieb und das Update angehen. Wir wollen und wir müssen effizienter bei den Updates werden und wir müssen weg von den Datenbank-Skripten. Und die Idee ist, dass wenn das System neu gestartet wird mit einer neuen Version, diese Datenbank-Updates auch automatisch erfolgen sollen in Zukunft durch die Applikation. Und parallel zu den Active-Active-Modus soll in Zukunft auch wieder klarerweise Active-Passive-Modus unterstützt werden. So, das war das nächste Jahr. Wo soll es 2020 und weiter hingehen, die Reise? Ja, wir haben gestern sehr viele Zukunftsthemen vom JD schon gehört, was so auf den Fahnen steht. Wir haben da auch ein paar, die uns wahrscheinlich in Zukunft bewegen werden und wo wir was tun müssen. Das ist das Thema künstliche Intelligenz und Maschinenlernen. Wie kann ich mit, wir haben auch das Thema Mensch und Anwender schon eingangs einmal besprochen. Wir müssen mit weniger Personal dieselbe Arbeit erledigen und das möglichst automatisiert und effizient. Und da könnten natürlich solche künstlichen Intelligenz-Algorithmen helfen, aufgrund von Anfragen, Antwortvorschläge zu erarbeiten, die Varianzen, die es vielleicht in der Vergangenheit schon gegeben hat, einzubauen und das dann hier mit dem Bereich künstliche Intelligenz abzudecken. Ein Thema. Ein weiteres Thema ist Signatur weitergesponnen, das Thema Blockchain. Sehr viele von Ihnen sind im Vertragswesen und so weiter tätig. Hier könntest du da auch im Bankenbereich spricht man natürlich sehr stark über diese Technologien. Die Überlegung, die wir uns hier auch anstellen, ist, wie können wir Blockchain in unsere Prozesse integrieren, wie können wir das auch verwenden, um Originator der Dokumente etc. auch sicherstellen und vielleicht mit dem Thema hier auch weiterhin dann was auf die Beine zu stellen. Ist sicher was, was irgendwann auf uns zukommt. Ich sehe es jetzt so, dass wir da noch irgendwo jetzt am Anfang sind, gerade ins Tal der Tränen gehen und dass die Technologie noch braucht, aber sie wird kommen. Und wir wollen uns aber hier natürlich zukünftig auch nicht verschließen, dass man das auch bei uns einsetzt. Customer Communication Management wandelt sich. Wir haben auch darüber gesprochen, andere Kommunikationskanäle. Irgendwann im Equatex-Vortrag ist Spracheingabe. Also ich möchte mit meiner App reden und so mein Geld überweisen gekommen. Also wir müssen das ändern in Richtung Customer Experience. Der Customer soll im Mittelpunkt stehen und hier besser in die Prozesse integriert werden. Und da werden wir natürlich auch andere Kommunikationsformen und andere Verrechnungsmethoden, wahrscheinlich Transaktionsbezogen, dahinter legen müssen. Und da gehören natürlich so Sachen dazu, wie Chatbot, wie Self-Service etc. Ja und last but not least, es gibt natürlich sehr viele große Anwendungen am Markt, die sehr viele Daten im Bauch haben, die sie gerne an ihre Kunden loswerden wollen. Und es geht jetzt auch darum, wie werden wir uns da zukünftig integrieren, wie können wir uns da besser integrieren, wie können wir auf deren Datenbestände vielleicht auch besser zugreifen. Und das fällt in das Thema Integration diverser Standardapplikationen, die wir natürlich auch mit Partnern dann wieder realisieren werden. In diesem Sinne, ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und für mich stellt sich noch eine Frage, die ich diesmal an Sie stelle. Was beschäftigt Sie in den nächsten drei Jahren und wie können wir Ihnen dabei helfen? Wir haben das auch auf unsere Feedbackbögen aufgenommen. Also wenn Sie uns hier Input geben, damit wir auch 2021, 2022 vielleicht schon berücksichtigen können bei unserer Release-Planung, würde es mich freuen, wenn Sie uns hier den Input geben, was Ihr Unternehmen aktuell beschäftigt oder in den nächsten drei Jahren beschäftigen wird, damit wir auf das auch reagieren können. Dankeschön. Applaus